Hallo, mein Name ist Julia Oberberg und ich bin hier eine der Übungsleiterinnen in der Aktion Rettungsring in Lohne. Das Ganze findet hier von Montag bis Freitag statt und wir haben um die 40 Kinder, denen wir hier das Schwimmen beibringen. Darunter sind auch viele Flüchtlingskinder und wir ermöglichen denen hier für 10 Euro dann fünf Tage hier am Schwimmkurs teilzunehmen und deshalb geben wir hier 40 bis 50 Kindern einen Einblick ins Element Wasser, sodass dann halt auch die Schwimmsicherheit in Lohne in ein sicheres Deck kommt.